Sura 3 Eli Imran Die Familie Imrans Offenbart zu Almadina 200 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Elif Lamim Allah, kein Gott ist da außer ihm Dem Ewig Lebenden, dem Einzigerhaltenden Er hat das Buch mit der Wahrheit auf dich herabgesandt als Bestätigung dessen, was vor ihm war Und er hat die Tora und das Evangelium herabgesandt vor dem als Rechtleitung für die Menschen Und er hat das Buch zur Unterscheidung herabgesandt Wahrlich, denjenigen, die die Zeichen Allahs verleugnen wird eine strenge Strafe zuteil sein Und Allah ist Allmächtig und Herr der Vergeltung Vor Allah ist wahrlich nichts verborgen weder in der Erde noch im Himmel Er ist es, der euch im Mutterschoß gestaltet, wie er will Es ist kein Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen Er ist es, der dir das Buch herabgesandt hat Darin sind eindeutig klare Verse Sie sind die Grundlage des Buches Und andere, die verschieden zu deuten sind Doch diejenigen, in deren Herzen Neigung zur Abkehr ist Folgen dem, was darin verschieden zu deuten ist Um Zwietracht herbeizuführen und Deutelei zu suchen Indem sie nach ihrer abwegigen Deutung trachten Aber niemand kennt ihre Deutung außer Allah Diejenigen aber, die ein tief begründetes Wissen haben, sagen Wir glauben wahrlich daran Alles ist von unserem Herrn Doch niemand bedenkt dies außer den Einsichtigen Unser Herr, lass unsere Herzen sich nicht von dir abkehren Nachdem du uns rechtgeleitet hast Und schenke uns Barmherzigkeit von dir Denn du bist ja wahrlich der unablässige Gebende Unser Herr, du wirst die Menschen zusammenführen An einem Tag, über den es keinen Zweifel gibt Wahrlich, Allah verfehlt niemals seinen Termin Wahrlich, denen, die ungläubig sind Werden weder ihr Vermögen noch ihre Kinder bei Allah etwas helfen Sie sind es, die zum Brennstoff des Feuers werden Nach dem Brauch des Volkes Pharaos Und derer, die vor ihnen waren Verwarfen sie unsere Zeichen als Lüge Da ergriff Allah sie in ihrer Schuld Und Allah ist streng im Strafen Spricht zu denen, die ungläubig sind Bald schon werdet ihr besiegt sein Und in Jahannam versammelt werden Was für eine schlechte Ruhestätte Es war euch ein Zeichen zuteil geworden In den beiden Scharen, die aufeinander trafen Die eine Schar kämpfte auf dem Weg Allahs Die andere war ungläubig Sie sahen mit eigenen Augen ihre Gegner doppelt so zahlreich Und Allah stärkt mit seinem Beistand, wen er will Wahrlich darin liegt eine Lehre für die, die Einsicht haben Zum Genuss wird den Menschen die Freude gemacht An ihrem Trieb zu Frauen und Kindern Und aufgespeicherten Mengen von Gold und Silber Und Rassepferden und Vieh und Saatfeldern Dies ist der Genuss des irdischen Lebens Doch bei Allah ist die schönste Heimkehr Sprich, soll ich euch Besseres als dies verkünden? Für die Gottesfürchtigen gibt es bei ihrem Herrn Gärten Durcheilt von Bächen, darin werden sie auf ewig bleiben So wie reine Gattinnen und Allahs Wohlgefallen Und Allah kennt seine Diener wohl Diejenigen, die sagen Unser Herr, siehe, wir glauben Darum vergib uns unsere Sünden Und behüte uns vor der Strafe des Feuers Die Geduldigen und die Wahrhaften Und die Andachtsvollen und die Spendenden Und diejenigen, die um Vergebung bitten Vor der Morgendämmerung Bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist Außer ihm selbst Und die Engel und die Wissenden bezeugen es Er sorgt für die Gerechtigkeit Es ist kein Gott außer ihm Dem Allmächtigen, dem Allweisen Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam Und diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde Wurden erst uneins, als das Wissen zu ihnen gekommen war Aus Missgunst untereinander Und wer die Zeichen Allahs verleugnet Siehe, Allah ist schnell im Rechnen Und wenn sie mit dir streiten, so sprich Ich habe mich ganz und gar Allah ergeben Und ebenso, wer mir nachfolgt Und sprich zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde Und zu den Unbelehrten Werdet ihr Muslime? Und wenn sie Muslime werden Sind sie rechtgeleitet Kehren sie sich jedoch ab So obliegt dir nur die Verkündigung Und Allah kennt seine Diener wohl Wahrlich, jenen, die nicht an Allahs Zeichen glauben Und die Propheten ohne rechtlichen Grund töten Und jene Menschen töten, die zur Rechtschaffenheit ermahnen Denen verkünde schmerzliche Strafe Sie sind es, deren Werke nichtig sind In dieser Welt und im Jenseits Und sie haben keine Helfer Hast du nicht jene gesehen, denen ein Teil von der Schrift gegeben wurde? Sie wurden zum Buche Allahs aufgefordert Dass es richtet zwischen ihnen Als dann kehrte ein Teil von ihnen den Rücken Und wandte sich ab Indem sie sagten Nimmer wird uns das Feuer berühren Es sei denn für abgezählte Tage Und es betrog sie in ihrem Glauben Was sie selber erdachten Aber wie, wenn wir sie versammeln an einem Tag Über den kein Zweifel herrscht Und jeder Seele vergolten wird Was sie verdient hat Und sie kein Unrecht erleiden sollen Sprich, O Allah, Herrscher des Königtums Du gibst das Königtum, wem du willst Und nimmst das Königtum, wem du willst Und du ehrst, wen du willst Und erniedrigst, wen du willst In deiner Hand ist das Gute Wahrlich, du hast Macht über alle Dinge Du lässt die Nacht übergehen in den Tag Und lässt den Tag übergehen in die Nacht Und du lässt das Lebendige aus dem Toten entstehen Und lässt das Tote aus dem Lebendigen entstehen Und du versorgst, wen du willst, ohne Maß Die Gläubigen sollen die Ungläubigen Nicht statt der Gläubigen zu Beschützern nehmen Und wer solches tut Der findet von Allah in nichts Hilfe Außer ihr fürchtet euch vor ihnen Und Allah warnt euch vor sich selber achtlos zu sein Und zu Allah ist die Heimkehr Sprich, ob ihr verbergt, was in eurer Brust ist Oder ob ihr es kundtut Allah weiß es Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist Und Allah hat Macht über alle Dinge An jenem Tage wird jede Seele bereit finden Was sie an Gutem getan hat Und was sie an Bösem getan hat Wünschen wird sie, dass zwischen ihr und ihm Eine weite Zeitspanne läge Und Allah warnt euch vor sich selbst Achtlos zu sein Und Allah ist gütig gegen seine Diener Sprich, wenn ihr Allah liebt So folgt mir Lieben wird euch Allah Und euch eure Sünden vergeben Denn Allah ist allvergebend barmherzig Sprich, gehorcht Allah und dem Gesandten Und wenn sie sich abwenden So liebt Allah die Ungläubigen nicht Wahrlich, Allah erwählte Adam und Noah Und das Haus Abraham und das Haus Imran Vor allen Welten Ein Geschlecht, von dem einer aus dem anderen stammt Und Allah ist allhörend, allwissend Damals sagte die Frau Imrans Mein Herr, siehe, ich gelobe dir, was in meinem Leibe ist, zu weihen So nimm es von mir an Siehe, du bist der Allhörende, der Allwissende Und als sie es geboren hatte, sagte sie Mein Herr, siehe, ich habe es als Mädchen geboren Und Allah wusste wohl, was sie geboren hatte Denn der Knabe ist nicht wie das Mädchen Und ich habe sie Maria genannt Und siehe, ich möchte, dass sie und ihre Nachkommen zu dir Zuflucht nehmen Vor dem gesteinigten Satan Und so nahm sie Allah gnädig an Und ließ sie in schöner Weise in der Obhut des Zerarias heranwachsen So oft Zerarias zu ihr in den Tempel hineintrat Fand er Speise bei ihr Da sagte er O Maria, woher kommt dir dies zu? Sie sagte Es ist von Allah Siehe, Allah versorgt unbegrenzt, wen er will Dort rief Zerarias seinen Herrn an und sagte Mein Herr, gib mir als Geschenk von dir gute Nachkommenschaft Wahrlich, du bist der Erhörer des Gebets Und da riefen ihm die Engel zu Während er zum Gebet im Tempel stand Siehe, Allah verheißt dir Yahya Den Bestätiger eines Wortes von Allah Einen Vornehmen, einen Asketen Einen Propheten, einen von den Rechtschaffenden Er sagte Mein Herr, soll mir ein Knabe geschenkt werden Wo mich das Alter doch überkommen hat Und meine Frau unfruchtbar ist? Er sprach Allah tut ebenso, was er will Er sagte Mein Herr, gib mir ein Zeichen Er sprach Dein Zeichen ist, dass du drei Tage lang zu den Menschen nicht sprechen wirst Außer durch Gesten Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am Morgen Und damals sprachen die Engel O Maria, siehe Allah hat dich auserwählt und gereinigt und erwählt vor den Frauen der Welten O Maria, sei vor deinem Herrn voller Andacht Wirf dich nieder und beuge dich mit den sich Beugenden Dies ist eine der Verkündigungen des Verborgenen Die wir dir offenbaren Denn du warst nicht bei ihnen Als sie ihre Losröhrchen warfen Wer von ihnen Maria pflegen sollte Und du warst nicht bei ihnen Als sie miteinander stritten Damals sprachen die Engel O Maria, siehe Allah verkündet dir ein Wort von ihm Sein Name ist der Messias Jesus Der Sohn der Maria Angesehen im Diesseits und im Jenseits Und einer von denen, die Allah nahestehen Und reden wird er in der Wiege zu den Menschen Und auch als Erwachsener Und er wird einer der Rechtschaffenden sein Sie sagte Mein Herr, soll mir ein Sohn geboren werden Wo mich doch kein Mann berührte? Er sprach Allah schafft ebenso, was er will Wenn er etwas beschlossen hat Spricht er nur zu ihm Sei Und es ist Und er wird ihnen das Buch lehren und die Weisheit Und die Tora und das Evangelium Und wird ihnen entsenden Zu den Kindern Israels Sprechen wird er Seht, ich bin zu euch mit einem Zeichen Von eurem Herrn gekommen Seht, ich erschaffe für euch aus Ton Die Gestalt eines Vogels Und werde in sie hauchen Und sie soll mit Allahs Erlaubnis Ein Vogel werden Und ich heile den Blindgeborenen Und den Aussätzigen Und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis Lebendig Und ich verkünde euch Was ihr esst Und was ihr in euren Häusern speichert Wahrlich Darin ist ein Zeichen für euch Wenn ihr gläubig seid Und als ein Bestätiger der Tora Die vor mir da war Und um euch einen Teil von dem zu erlauben Was euch verboten war Bin ich zu euch gekommen Mit einem Zeichen von eurem Herrn So fürchtet Allah Und gehorcht mir Wahrlich Allah ist mein Herr Und euer Herr Darum dient ihm Dies ist ein gerader Weg Und als Jesus ihren Unglauben wahrnahm Sagte er Wer ist mein Helfer auf dem Weg zu Allah Die Jünger sagten Wir sind Allahs Helfer Wir glauben an Allah Und du sollst bezeugen Dass wir ihm ergeben sind Unser Herr Wir glauben an das Was du herabgesandt hast Und folgen dem Gesandten Darum führe uns Unter den Bezeugenden auf Und sie schmiedeten eine List Und Allah schmiedete eine List Und Allah ist der beste Listenschmied Damals sprach Allah O Jesus siehe Ich will dich verscheiden lassen Und will dich zu mir erhöhen Und will dich von den Ungläubigen befreien Und will deine Anhänger über die Ungläubigen setzen Bis zum Tage der Auferstehung Als dann werdet ihr zu mir wiederkehren Und ich will zwischen euch richten Über das worüber ihr uneins wart Was aber die Ungläubigen anbelangt So werde ich sie schwer im Diesseits Und im Jenseits bestrafen Und sie werden keine Helfer finden Was aber diejenigen anbelangt Die Glauben und gute Werke tun So wird er ihnen ihren vollen Lohn geben Und Allah liebt nicht die Ungerechten Dies verlesen wir dir von den Zeichen Und der weisen Ermahnung Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam Er erschuf ihn aus Erde Als dann sprach er zu ihm Sei Und da war er Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn Darum sei keiner der Zweifler Und wenn sich jemand mit dir über sie streitet Nachdem das Wissen zu dir kam So sprich Kommt her Lasst uns rufen Unsere Söhne und eure Söhne Unsere Frauen und eure Frauen Unsere Seelen und eure Seelen Als dann wollen wir zu Allah flehen Und mit Allahs Fluch die Lügner bestrafen Wahrlich, dies ist die Geschichte der Wahrheit Und es ist kein Gott außer Allah Und Allah Er ist wahrlich der Allmächtige, der Allweise Und wenn sie sich abwenden So kennt Allah die Missetäter Sprich O Volk der Schrift Kommt herbei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch Dass wir nämlich Allah allein dienen und nichts neben ihn stellen Und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen außer Allah Und wenn sie sich abwenden So sprich Bezeugt, dass wir ihm ergeben sind Oh Volk der Schrift Warum streitet ihr über Abraham Wo die Tora und das Evangelium doch erst später nach ihm herabgesandt worden sind Habt ihr denn kein Verstand? Ihr habt da über etwas gestritten, wovon ihr Wissen habt Weshalb aber streitet ihr über das, wovon ihr kein Wissen habt Allah weiß, ihr aber wisst nicht Abraham war weder Jude noch Christ Vielmehr war er lauteren Glaubens Ein Muslim Und keiner von denen, die Allah gefährten, beigesellen Wahrlich, die Menschen, die Abraham am nächsten stehen Sind jene, die ihm folgen Und dieser Prophet und die Gläubigen Und Allah ist der Beschützer der Gläubigen Eine Gruppe von den Leuten der Schrift möchte euch gern verführen Doch verführen sie nur sich selber und wissen es nicht Ihr Leute der Schrift, warum verleugnet ihr die Zeichen Allahs, wo ihr sie doch bezeugt? Ihr Leute der Schrift, weshalb vermengt ihr die Wahrheit mit der Lüge Und verbergt die Wahrheit gegen euer Wissen? Und da sagte eine Gruppe von den Leuten der Schrift Glaubt bei Tagesanbruch an das, was zu den Gläubigen herabgesandt wurde Und leugnet es ab bei seinem Ende Vielleicht werden sie umkehren Und glaubt nur denen, die eure Religion befolgen Sprich, die wahre Rechtleitung ist die Rechtleitung Allahs Dass auch einem anderen gegeben wurde, was euch gegeben worden ist Oder wenn sie mit euch vor eurem Herrn streiten, so sprich Seht, die Huld ist in Allahs Hand Er gewährt sie, wem er will Und Allah ist allumfassend und allwissend Er zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will Und Allah ist Herr der großen Huld Und unter den Leuten der Schrift gibt es welche, die Wenn du ihnen einen Kintar anvertraust Ein großes Gewichtsmaß, welches tausend Dinaren entspricht Ihn dir wieder aushändigen Und unter ihnen gibt es auch solche, die, wenn du ihnen einen Dinaren vertraust Ihn dir nur aushändigen, wenn du stets hinter ihnen Herr bist Dies geschieht deshalb, weil sie sagen Uns obliegt gegen die Unbelehrbaren keine Pflicht Und sie sprechen eine Lüge gegen Allah Und wissen es Wer jedoch seiner Verpflichtung nachkommt Und gottesfürchtig ist Siehe, Allah liebt die Gottesfürchtigen Wahrlich, diejenigen, welche ihren Bund mit Allah Und ihre Eide um einen geringen Preis verkaufen Haben keinen Anteil am Jenseits Und Allah spricht nicht zu ihnen Und er schaut sie nicht an am Tage der Auferstehung Und er reinigt sie nicht Und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein Wahrlich, ein Teil von ihnen verdreht seine Zunge mit der Schrift Damit ihr es für einen Teil der Schrift haltet Obwohl es nicht zur Schrift gehört Und sie sagen Es ist von Allah Jedoch ist es nicht von Allah Und sie sprechen eine Lüge gegen Allah Obwohl sie es wissen Es darf nicht sein Dass ein Mensch dem Allah die Schrift und die Weisheit Und das Prophetentum gegeben hat Als dann zu den Leuten spreche Seid meine Diener neben Allah Vielmehr soll er sagen Seid Gottes Gelehrte Mit dem, was ihr gelehrt habt Und mit dem, was ihr studiert habt Und er gebietet euch nicht Euch die Engel oder die Propheten zu Herren zu nehmen Sollte er euch den Unglauben gebieten Nachdem ihr ihm ergeben geworden seid Und dann nahm Allah Von den Propheten den Bund entgegen Des Inhalts Wenn ich euch das Buch und die Weisheit gebe Dann wird zu euch ein Gesandter kommen Und das bestätigen, was ihr habt Wahrlich, ihr sollt ihm glauben Und sollt ihm helfen Er sprach Erkennt ihr das an Und nehmt ihr unter diesen Bedingungen Das Bündnis mit mir an? Sie sagten Wir erkennen es an Er sprach So bezeugt es Und ich will mit euch Ein Zeuge unter den Zeugen sein Wer sich nach diesem abwendet Das sind die Frevler Verlangen sie etwa eine andere Als Allahs Religion? Ihm ergibt sich Was in den Himmeln und auf der Erde ist Gehorsam oder Widerwillen Und zu ihm kehren sie zurück Sprich Wir glauben an Allah Und an das Was auf uns herabgesandt worden ist Und was herabgesandt worden ist Auf Abraham Und Ismael Und Isaak Und Jakob Und die Stämme Israels Und was gegeben worden ist Moses Und Jesus Und den Propheten Von ihrem Herrn Wir machen keinen Unterschied Zwischen ihnen Und ihm sind wir ergeben Und wer eine andere Religion Als den Islam begehrt Nimmer soll sie von ihm Angenommen werden Und im Jenseits Wird er unter den Verlierern sein Wie soll Allah Ein Volk leiten Das ungläubig wurde Nach seinem Glauben Und nachdem es bezeugt hatte Dass der Gesandte Wahrhaftig sei Und nachdem die deutlichen Zeichen Zu ihnen gekommen waren Und Allah Leitet die Ungerechten nicht Ihr Lohn ist Dass auf ihnen Der Fluch Allahs Und der Engel Und der Menschen Allesamt lastet Ewig bleiben sie darin Ihnen wird die Strafe Nicht erleichtert Und ihnen wird Kein Aufschub gewährt Außer denen Die danach umkehren Und gute Werke verrichten Denn siehe Allah ist Allverzeihend Und barmherzig Siehe Wer nach seinem Glauben Ungläubig wird Und immer mehr Dem Unglauben Verfällt Dessen Reue Wird nicht angenommen Und dies Sind die Irrenden Wahrlich Jene die Ungläubig sind Und dem Unglauben Sterben Niemals wird Von ihnen Eine Erde Voll Gold Angenommen werden Auch wenn sie Sich damit Loskaufen wollten Diese haben Eine schmerzhafte Strafe Und sie werden Keine Helfer haben Ihr werdet Das Gütigsein Nicht erlangen Solange ihr nicht Von dem spendet Was ihr liebt Und was immer ihr Spendet Seht Allah weiß es Alle Speise War den Kindern Israels erlaubt Außer was Israel Sich selber verwehrte Bevor die Tora Herabgesandt wurde Sprich So bringt die Tora Und lest sie Wenn ihr wahrhaftig seid Und diejenigen Die danach Eine Lüge Gegen Allah Erdichten Sind die Ungerechten Sprich Allah Spricht die Wahrheit So folgt Der Religion Abrahams Des Lauteren Im Glauben Der neben Allah Keine Götter Setzte Wahrlich Das erste Haus Das für die Menschen Gegründet wurde Ist das In Bakka Ein Gesegnetes Und eine Leitung Für die Welten In ihm Sind deutliche Zeichen Die Städte Abrahams Und wer es betritt Ist sicher Und Der Menschen Pflicht Gegenüber Allah Ist die Pilgerfahrt Die Hatsch Zum Hause Wer da den Weg Zu ihm machen kann Wer aber Ungläubig ist Wahrlich Allah ist nicht Auf die Welten Angewiesen Sprich O Leute der Schrift Warum verleugnet Ihr die Zeichen Allahs Wo Allah Zeuge Eures Tuns Ist Sprich O Leute der Schrift Warum wendet Ihr die Gläubigen Von Allahs Weg Ab Ihr trachtet Ihn krumm zu machen Wo ihr ihn doch Bezeugt Doch Allah Ist eures Tuns Nicht achtlos O ihr die ihr glaubt Wenn ihr einen Teil Jener Denen die Schrift Gegeben wurde Gehorcht So werden sie euch Nach eurem Glauben Wieder ungläubig machen Wie aber werdet ihr Ungläubig werden Wo euch die Verse Allahs verlesen werden Und Unter euch Sein Gesandter Weilt Und wer an Allah Fest hält Der ist auf den Rechten Weg Geleitet O ihr die ihr glaubt Fürchtet Allah In geziemender Furcht Und sterbt Nicht anders Denn als Muslime Und haltet Insgesamt An Allahs Seil Fest Und zerfalt Nicht Und gedenkt Der Gnade Allahs Gegen euch Da ihr Feinde Wart Und er Eure Herzen So zusammenschloss Dass ihr durch Seine Gnade Brüder Wurdet Und da ihr Am Rande Einer Feuergrube Wart Und er euch Ihr entriss So macht Allah Euch seine Zeichen Klar Auf dass ihr euch Recht leiten Lassen möget Und Aus euch Soll eine Gemeinde Werden Die zum Guten Einlädt Und das Gebietet Was rechtens Ist Und das Unrecht Verbietet Und diese Sind die Erfolgreichen Und seid Nicht wie jene Die gespalten Und uneins Sind Nachdem die Deutlichen Zeichen Zu ihnen Kamen Und jene Erwartet Eine schmerzliche Strafe An einem Tag Da Gesichter Weiß werden Und Gesichter Schwarz werden Und was jene Anbelangt Deren Gesichter Schwarz werden Wurdet ihr Nach eurem Glauben Ungläubig So kostet Darum die Strafe Weil ihr Ungläubig Wurdet Und was jene Anbelangt Deren Gesichter Weiß werden Diese sollen In Allahs Gnade Sein Und darin Werden sie Ewig Bleiben Dies sind Die Zeichen Allahs Wir verkünden Sie dir In Wahrheit Und Allah Will keine Ungerechtigkeit Gegen die Welten Und Allahs Ist was In den Himmeln Und was Auf der Erde Ist Und zu Allah Kehren alle Dinge zurück Ihr seid Die beste Gemeinde Die für die Menschen Entstand Ihr gebietet Das was Rechtens Ist Und ihr Verbietet Das Unrecht Und ihr Glaubt An Allah Und wenn Die Leute Der Schrift Geglaubt Hätten Wahrlich Es wäre Gut für sie Gewesen Unter ihnen Sind Gläubige Aber die Mehrzahl Von ihnen Sind Fräfler Niemals Werden sie Euch Ein Leid Zufügen Es sei denn Einen geringen Schaden Und wenn sie Gegen euch Kämpfen Werden sie Euch den Rücken Kehren Als dann Werden sie Nicht siegreich Werden Erniedrigung Ist für sie Vorgeschrieben Wo immer sie Getroffen werden Außer Sie wären in Sicherheit Aufgrund ihrer Verbindung mit Allah Oder mit den Menschen Und sie Ziehen sich Den Zorn Allahs zu Und für sie Ist die Armut Vorgeschrieben Weil sie Allahs Zeichen Verleugneten Und die Propheten Ungerechterweise Ermordeten Solches Geschieht Da sie Widerspenstig Und Übertreter Waren Sie sind Aber Nicht Alle Gleich Unter Den Leuten Der Schrift Gibt Es Auch Eine Gemeinschaft Die Stets Die Verse Allahs Zur Zeit Der Nacht Verliest Und sich Dabei Niederwirft Diese Glauben An Allah Und An Den Jüngsten Tag Und Gebieten Das Was Rechtens Ist Und Verbieten Das Unrecht Und Wetteifern In Guten Werken Und Diese Gehören Zu Den Rechtschaffenden Und Was Sie An Gutem Tun Wird Ihnen Niemals Bestritten Und Allah Kennt Die Gottes Fürchtigen Wahrlich Denjenigen Die Ungläubig Sind Werden Ihr Gut Und Ihre Kinder Keinesfalls Etwas Vor Allah Helfen Und Jene Sind Die Gefährten Des Feuers Und Ewig Sollen Sie Darin Bleiben Das Gleichnis Dessen Was Sie In Diesem Irdischen Leben Spenden Ist Das Gleichnis Des Eiskalten Windes Welcher Den Acker Von Leuten Trifft Die Gegen Sich Selber Sündigten Und Und So Vernichtet Er Und Nicht Allah War Gegen Sie Ungerecht Sondern Gegen Sich Selber Waren Sie Ungerecht O Ihr Die Ihr Glaubt Nehmt Euch Nicht Leute Zu Vertrauten Die Außerhalb Eurer Gemeinschaft Stehen Sie Werden Nicht Zaudern Euch Zu Verderben Und Wünschen Euren Untergang Schon wurde Hass Aus Ihrem Mund Offenkundig Aber Das Was Ihr Inneres Verbirgt Ist Schlimmer Schon Machten Wir Euch Die Zeichen Klar Wenn Ihr Es Begreift Seht Da Ihr Seid Es Die Ihr Sie Liebt Doch Sie Lieben Euch Nicht Und Ihr Glaubt An Das Ganze Buch Und Wenn Sie Euch Begegnen Sagen Sie Wir Glauben Sind Sie Jedoch Alleine So Beißen Sie Sich In Die Fingerspitzen Aus Grimm Gegen Euch Sprich Sterbt An Eurem Grimm Siehe Allah Kennt Das Innerste Eurer Herzen Wenn Euch Etwas Gutes Trifft Empfinden Sie Es Als Übel Und Wenn Euch Ein Übel Trifft So Freuen Sie Sich Dessen Aber Wenn Ihr Geduldig Und Gottesfürchtig Seid Wird Ihre List Euch Keinen Schaden Zufügen Seht Allah Umfasst Mit Seinem Wissen Das Was Sie Tun Und Damals Verließest Du Deine Familie In Der Frühe Stellungen Des Kampfes Einzuweisen Und Allah Ist Allhörend Allwissend Da Verloren Zwei Gruppen Von Euch Beinahe Den Mut Und Allah War Beider Beschützer Und Auf Allah Sollen Sich Die Gläubigen Verlassen Und Wahrlich Allah Verhalf Euch Bei Badr Zum Sieg Als Ihr Zahlenmäßig Verächtlich Wart Darum Fürchtet Allah Vielleicht Werdet Ihr Dankbar Sein Als Du Zu Den Gläubigen Sagtest Genügt Es Euch Denn Nicht Dass Euer Herr Euch Mit Dreitausend Herniedergesandten Engeln Hilft Ja Wenn Ihr Geduldig Und Gottesfürchtig Seid Und Sie Sofort Über 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 Euch Wird Euer Herr Euch Mit 5000 Engeln In Kampfbereitschaft Helfen Und Dies Machte Allah Allein Als Frohe Botschaft Für Euch Und Auf Das Eure Herzen Ruhig Wären Denn Der Sieg Kommt Nur Von Allah Dem Allmächtigen Dem Allweisen Auf Das Er Den Ungläubigen Einen Teil Ihrer Macht Abschneide Oder Sie Niederwerfe Sodass Sie Enttäuscht Heimkehren Von Dir Ist Es Gar Nicht Abhängig Ob Er Sich Ihnen Wieder Verzeihend Zuwendet Oder Ob Er Sie Straft Denn Sie Sind Ja Frevler Und Allas Ist Was In Himmeln Und Was Auf Der Erde Ist Er Verzeiht Wem Er Will Und Er Straft Wen Er Will Und Allah Ist Allverzeihend Und Barmherzig O Ihr Die Ihr Glaubt Verschlingt Nicht Die Zinsen In Mehrfacher Verdopplung Sondern Fürchtet Allah Vielleicht Werdet Ihr Erfolgreich Sein Und Fürchtet Das Feuer Das Für Die Ungläubigen Vorbereitet Ist Und Gehorcht Allah Und Dem Gesandten Vielleicht Werdet Ihr Erbarmen Finden Und Wetteifert Nach Der Vergebung Eures Herrn Und Nach Garten Dessen Breite Der Von Himmel Und Erde Entspricht Der Für Die Gottes Fürchtigen Vorbereitet Ist Die Da Spenden In Freud Und Leid Und Den Groll Unterdrücken Und Den Menschen Vergeben Und Allah Liebt Die Rechtschaffenen Und Diejenigen Die Wenn Sie Etwas Schändliches Getan Oder Gegen Sich Gesündigt Haben Allahs Gedenken Und Für Ihre Sünden Um Vergebung Flehen Und Wer Vergibt Die Sünden Außer Allah Und Diejenigen Die Nicht Auf Dem Beharren Was Sie Wissentlich Taten Für Für Besteht Ihr Lohn Aus Vergebung Von Ihrem Herrn Und Aus Gärten Durch Die Bäche Fließen Darin Werden Sie Ewig Sein Und Herrlich Ist Der Lohn Der Wirkenden Schon Vor Euch Hat Es Lebens Weisen Gegeben So Durchwandert Die Erde Und Schaut Wie Der Ausgang Derer War Welche Die Wahrheit Für Eine Lüge Erklärt Haben Dies Ist Eine Bekanntmachung An Und Seid Nicht Verzagt Und Traurig Ihr Werdet Siegen Wenn Ihr Gläubig Seid Wenn Euch Eine Härte Getroffen Hat So Hat Eine Härte Gleich Schon Andere Leute Getroffen Und Diese Tage Des Sieges Und Der Niederlage Lassen Wir Wechseln Unter Den Menschen Damit Allah Die Gläubigen Erkennt Und Sich Aus Euch Märtyrer Erwählt Und Allah Liebt Die Ungerechten Nicht Und Damit Allah Die Gläubigen Läutert Und Die Ungläubigen Dahins Schwinden Lässt Oder Meint Ihr In Das Paradies Einzugehen Ohne Dass Allah Diejenigen Erkennt Die Unter Euch Gekämpft Haben Und Ohne Dass Er Die Geduldigen Erkennt Und Wahrlich Ihr Wünschtet Euch Den Tod Bevor Ihr ihm Begegnetet Nun Saht Ihr Ihn Mit Eigenen Augen Und Mohammed Ist Nur Ein Gesandter Schon Vor Ihm Gingen Die Gesandten Dahin Und Ob Er Stirbt Oder Getötet Wird Werdet Ihr Auf Euren Fersen Umkehren Und Wer Auf Seinen Fersen Umkehrt Nimmer Nimmer Schadet Er Allah Etwas Aber Allah Wird Wahrlich Die Dankbaren Belohnen Keiner Wird Sterben Ohne Allas Erlaubnis Denn Dies Geschieht Gemäß Einer Zeitlichen Vorherbestimmung Und Dem Der Den Lohn Der Welt Begehrt Geben Wir Davon Und Dem Der Den Lohn Des Jenseits Begehrt Geben Wir Davon Wahrlich Wir Werden Die Dankbaren Belohnen Und Wie Viele Propheten Kämpften Gegen Einen Feind Gefolgt Von Vielen Gottes Fürchtigen Aber Sie Verzagten Nicht Bei Dem Was Sie Auf Allas Weg Traf Und Sie Worden Weder Schwach Noch Ließen Sie Sich Demütigen Und Allah Liebt Die Geduldigen Und Ihr Wort War Nicht Anders Als Dass Sie Sagten Unser Herr Vergib Uns Unsere Sünden Und Unser Vergehen In unserer Sache Und Festige Unsere Schritte Und Hilf Uns Gegen Das Ungläubige Volk Und Allah Gab Ihnen Den Lohn Dieser Welt Und Den Schönsten Lohn Des Jenseits Und Allah Liebt Diejenigen Die Gutes Tun O Ihr Die Ihr Glaubt Wenn Ihr Den Ungläubigen Gehorcht Dann Bringen Sie Euch Dazu Dass Ihr Auf Euren Fersen Kehrt Macht Und Ihr Werdet Die Verlierer Sein Doch Allah Ist Euer Beschützer Und Er Ist Der Beste Helfer Wir Werden In Die Herzen Der Ungläubigen Schrecken Werfen Deshalb Weil Sie Allah Götter Zur Seite Setzten Wozu Er Keine Ermächtnis Niedersandte Und Ihre Wohnstätte Wird Das Feuer Sein Und Schlimm Ist Die Herberge Der Ungerechten Und Wahrlich Allah Hatte Euch Gegenüber Schon Sein Versprechen Gehalten Als Ihr Sie Mit Seiner Erlaubnis Vernichtetet Bis Dass Ihr Verzagtet Und Über Die Sache Strittet Und Ungehorsam Wurdet Nachdem Er Euch Hatte Sehen Sehen Lassen Was Ihr Wünschtet Einige Von Euch Verlangten Nach Dieser Welt Und Andere Verlangten Nach Dem Jenseits Als Dann Kehrt Er Euch Von Ihnen Zur Flucht Ab Um Euch Zu Prüfen Und Wahrlich Jetzt Hat Er Euch Vergeben Denn Allah Ist Voller Huld Gegen Die Gläubigen Als Ihr Hinaufstiegt Und Auf Niemand Achtetet Während Der Gesandte Hinter Euch Herr Rief Da Lies Er Kummer Über Kummer Über Euch Kommen Damit Ihr Nicht Traurig Sein Solltet Über Das Euch Entgangene Und Über Das Was Ihr Erlitten Habt Und Allah Kennt Das Was Ihr Tut Als Dann Sandte Er Auf Euch Nach Dem Kummer Sicherheit In Der Art Von Schläfrigkeit Nieder Müdigkeit Überkam Eine Gruppe Von Euch Eine Andere Gruppe War Aber Sorgenvoll Mit Sich Selbst Beschäftigt Ungerecht Denken Sie Über Allah In Heidnischem Denken Sie Sagten Haben Wir Irgendetwas Von Der Sache Sprich Sprich Seht Die Ganze Sache Ist Allahs Sie Verbargen In Ihren Seelen Was Sie Dir Nicht Kund Taten Indem Sie Sagten Hätten Wir Etwas Von Der Sache Gehabt Lägen Wir Hier Nicht Erschlagen Sprich Wäret Ihr Auch In Euren Häusern Gewesen Wahrlich Jene Wären Hinaus Gezogen Denen Der Tod Bei Ihren Ruhestätten Vorgezeichnet War Und Es Geschah Damit Allah Prüfe Was In Eurem Inneren War Und Erforsche Was In Euren Herzen War Und Allah Kennt Das Innerste Der Menschen Wahrlich Diejenigen Von Euch Welche Am Tage Des Zusammenstoßes Der Beiden Scharen Allah Den Rücken Kehrten Nur Satan Verleitete Sie Zum Straucheln Für Etwas Von Ihrem Tun Aber Wahrlich Nunmehr Hat Allah Ihnen Vergeben Seht Allah Ist Allverzeihend Und Milde O Ihr Die Ihr Glaubt Seid Nicht Gleich Den Ungläubigen Die Da Sprechen Von Ihren Brüdern Als Sie Das Land Durch Wanderten Oder Streiter Waren Wären Sie Bei Uns Geblieben Wären Sie Nicht Gestorben Und Nicht Erschlagen worden Allah Bestimmte Dies Als Kummer Für Ihre Herzen Und Allah Macht Lebendig Und Lässt Sterben Und Allah Durchschaut Euer Tun Und Wahrlich Wenn Ihr Auf dem Weg Allahs Erschlagen Werdet Oder Sterbt Wahrlich Allahs Vergebung Und Barmherzigkeit Ist Besser Als Das Was Ihr Zusammenschart Und Wenn Ihr Sterbt Oder Erschlagen Werdet Werdet Ihr Vor Allah Versammelt Und In Anbetracht Der Barmherzigkeit Allahs Warst Du O Mohammed Mild Zu Ihnen Wärst Du Aber Rau Und Harten Herzens Gewesen So Wären Sie Dir Davongelaufen Darum Vergib Ihnen Und Bitte Für Sie Um Verzeihung Und Ziehe Sie In Der Sache Zu Rate Und Wenn Du Entschlossen Bist Dann Vertrau Auf Allah Denn Wahrlich Allah Liebt Diejenigen Die Auf Ihem Vertrauen Wahrlich Wenn Allah Euch Zum Sieg Verhilft So Gibt Es Keinen Der Über Euch Siegen Könnte Wenn Er Euch Aber Im Stich Lässt Wer Könnte Euch Danach Ihm Helfen Wahrlich Auf Allah Sollen Die Gläubigen Vertrauen Und Kein Prophet Darf Etwas Von Der Beute Unterschlagen Und Wer Etwas Unterschlägt Soll Das Was Er Unterschlagen Hat Zu Seiner Eigenen Belastung Am Tag Der Auferstehung Bringen Als Dann Wird Jeder Seele Nach Ihren Verdienst Vergolten Werden Und Es Soll Ihnen Kein Unrecht Geschehen Und Ist Denn Der Welcher Das Wohlgefallen Allahs Erstrebte Wie Der Welcher Sich Den Zorn Allahs Zuzog Und Dessen Herberge Jahannam Ist Und Schlimm Ist Das Ende Sie Stehen In Verschiedenem Rang Bei Allah Und Allah Durchschaut Ihr Tun Wahrlich Huldreich War Allah Gegen Die Gläubigen Da Er Unter Ihnen Einen Gesandten Aus Ihrer Mitte Erweckte Um Ihnen Seine Verse Zu Verlesen Und Sie Zu Reinigen Und Das Buch Und Die Weisheit Zu Lehren Denn Sie 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 Hatten Sie Sie Hatten Sie In einem Offenkundigen Irrtum Befunden Und Als Euch Ein Unglück Traf Obwohl Ihr Euren Gegnern Bereits Ein Doppelt So Schlimmes Zugefügt Hattet Spracht Ihr Da Etwa Woher Kommt Dies Sprich Es Kommt Von Euch Selber Sie Allah Hat Macht Über Alle Dinge Und Was Euch Am Tage Des Zusammenstoßes Der Beiden Scharen Traf Das Geschah Mit Allas Erlaubnis Und Damit Er Die Gläubigen Erkennt Und Damit Er Die Heuchler Erkennt Zu Denen Gesprochen Wurde Heran Kämpft Auf Allas Weg Oder Wert Ab Sie Aber Sagten Wenn Wir Zu Kämpfen Gewusst Hätten Wahrlich Wir Wären Euch Gefolgt Sie Waren An Jenem Tag Dem Unglauben Näher Als Dem Glauben Sie Sagten Mit Ihrem Munde Das Was Nicht In Ihrem Herzen Lag Und Allah Weiß Wohl Was Sie Verbergen Das Sind Die jenigen Die Zu Ihren Brüdern Sagten Wären Sie Daheim Blieben Hätten Sie Uns Gehorcht Wären Sie Nicht Erschlagen Worden Sprich So Wehrt Von Euch Den Tod Ab Wenn Ihr Wahrhaftig Seid Und Betrachtet Nicht Diejenigen Die Auf Allas Weg Gefallen Sind Als Tod Nein Sie Und Sie Werden Dort Versorgt Sie Freuen Sich Über Das Was Allah Ihnen Von Seiner Huld Gab Und Von Freude Erfüllt Sind Sie Über Diejenigen Die Ihnen Noch Nicht Gefolgt Sind So Dass Keine Furcht Über Sie Kommen Wird Und Sie Nicht Trauern Werden Von Freude Erfüllt Sind Sie Über Die Gnade Von Allah Und Über Seine Huld Und Darüber Dass Allah Den Lohn Der Gläubigen Nicht Verloren Gehen Lässt Diejenigen Die Da Auf Allah Und Den Gesandten Hörten Nachdem Sie Eine Niederlage Erlitten Hatten Für Diejenigen Von Ihnen Welche Gutes Taten Und Gottes Fürchtig Waren Ist Großer Lohn Diejenigen Zu denen Die Leute Sagten Seht Die Leute Haben Sich Bereits Gegen Euch Geschart Fürchtet Sie Darum Nur Stärker Wurden Sie Im Glauben Und Sagten Uns Genügt Allah Und Er Ist Der Beste Sachwalter Daher Kehrten Sie Mit Allas Gnade Und Huld Zurück Ohne Dass Sie Ein Übel Getroffen Hätte Und Sie Folgten Dem Wohlgefallen Allahs Und Allah Ist Huld Es Ist Wahrlich Satan Der Seine Helfer Fürchten Lassen Will Fürchtet Sie Aber Nicht Sondern Fürchtet Mich Wenn Ihr Gläubig Seid Und Lass Dich Nicht Von Jene Betrüben Die Energisch Dem Unglauben Nacheilen Siehe Nimmer Können Sie Allah Etwas Zu Leide Tun Allah Will Ihnen Kein Anteil Am Jenseits Geben Und Für Sie Ist Eine Große Strafe Bestimmt Wahrlich Wer Den Glauben Für Den Unglauben Verkauft Nimmer Vermögen Sie Allah Etwas Zu Leide Zu Tun Und Für Sie Ist Eine Schmerzliche Strafe Bereitet Und Und Ungläubigen Sollen Nicht Wähnen Dass Das Was Wir Ihnen An Frist Gewähren Für Sie Gut Sei Wir Geben Ihnen Nur Langes Leben Sodass Sie In Sünde Wachsen Und Für Sie Ist Eine Schändende Strafe Bestimmt Allah Will Die Gläubigen Nicht In Dem Zustand Belassen In Dem Ihr Jetzt Seid Solange Er Das Schlechte Von Dem Guten Nicht Gesondert Hat Und Allah Gedenkt Nicht Euch Das Verborgene Zu Offenbaren Sondern Allah Erwählt Von Seinen Gesandten Wen Er Will So Glaubt An Allah Und Seine Gesandten Und Wenn Ihr Glaubt Und Gottes Fürchtig Seid So Wird Euch Ein Gewaltiger Lohn Zuteil Sein Und Die jenigen Die Mit Dem Geizen Was Allah Ihnen Von Seiner Huld Gegeben Hat Sollen Ja Nicht Meinen Das Sei So Besser Für Sie Nein Zum Bösen Soll Es Ihnen Dienen Als Halsband Sollen Sie Am Tag Der Auferstehung Das Tragen Womit Sie Geizig Waren Und Allahs Ist Das Erbe Der Himmel Und Der Erde Und Allah Kennt Euer Tun Wahrlich Allah Hat Das Wort Jener Gehört Die Da Sagten Siehe Allah Ist Arm Und Wir Sind Reich Wir Wollen Ihre Worte Und Ihr Ungerechtes Ermorden Der Propheten Niederschreiben Und Sprechen Kostet Die Strafe Des Brennens Dies Ist Für Das Was Eure Hände Vorausschickten Und Allah Ist Nicht Ungerecht Gegen Die Diener Die Da Sagen Siehe Allah Hat Uns Verpflichtet Keinem Gesandten Zu Glauben Bevor Er Uns Ein Opfer Bringt Welches Das Feuer Verzerrt Sprich Schon Vor mir Kamen Gesandte Mit Den Deutlichen Zeichen Und Mit Dem Wovon Ihr Sprecht Weshalb Denn Ermordet Ihr Sie Wenn Ihr Wahrhaftig Seid Und Wenn Sie Dich Der Lüge Bezichtigen So Sind Schon Vor Dir Gesandte Der Lüge Bezichtigt Wurden Obwohl Sie Mit Den Deutlichen Zeichen Den Schriften Und Dem Erleuchteten Buche Kamen Jede Seele Wird Den Tod Kosten Und Euch Wird Euer Lohn Am Tag Der Auferstehung Vollständig Gegeben Und Wer Da Vom Feuer Fern Gehalten Und Ins Paradies Geführt Wird Der Soll Glücklich Sein Und Das Irdische Leben Ist Nichts Als Ein Trügerischer Nies Brauch Wahrlich Ihr Sollt Geprüft Werden In Eurem Gut Und An Euch Selber Und Wahrlich Ihr Sollt Viele Verletzende Äußerungen Von Denen Hören Welchen Die Schrift Vor Euch Gegeben Wurde Und Von Denen Die Allah Gefährten Zur Seite Setzen Wenn Ihr Jedoch Geduldig Und Gottes Fürchtig Seid Dies Ist Wahrlich Ein Zeichen Von Fester Entschlossenheit Und Als Allah Den Bund Mit Denen Schloss Welchen Die Schrift Gegeben Wurde Und Sprach Wahrlich Tut Sie Den Menschen Kund Und Verbergt Sie Nicht Da Warfen Sie Sie Über Ihre Schulter Preis Und Schlimm Ist Das Was Sie Dafür Erkaufen Du Sollst Nicht Meinen Dass Die jenigen Die Sich Ihrer Tat Freuen Und Gerühmt Zu Werden Wünschen Für Das Was Sie Nicht Getan Haben Der Strafe Entronnen Seien Ihnen Wird Eine Schmerzliche Strafe Zuteil Sein Und Allahs Ist Das Reich Der Himmel Und Der Erde Und Allah Hat Macht Über Alle Dinge Wahrlich In Der Und In dem Wechsel Der Nacht Und des Tages Liegen Wahre Zeichen Für Die Verständigen Die Allahs Gedenken Im Stehen Und Im Sitzen Und Im Liegen Auf Ihren Seiten Und Über Die Schöpfung Der Himmel Und Der Erde Nachdenken Und Sagen Unser Herr Du Hast Dieses Nicht Umsonst Erschaffen Gepriesen Bist Du Darum Behüte Uns Vor Der Strafe Des Feuers Unser Herr Wahrlich Wen Du Ins Feuer Führst Den Führst Du In Schande Und Die Ungerechten Haben Keine Helfer Unser Unser Tage Tilgen will ich ihre Missetaten, und wahrlich führen will ich sie in Gärten durch die Bäche fließen, als Lohn von Allah. Und bei Allah ist die beste Belohnung. Lass dich nicht trügen durch das Hin- und Herziehen der Ungläubigen in den Ländern. Ein winziger Niesbrauch, dann ist Jahannam ihre Herberge. Und schlimm ist das Lager. Wer jedoch seinen Herrn fürchtet, denen werden Gärten zuteil sein, durch eilt von Bächen, ewig werden sie darin bleiben. Eine Bewirtung von Allah. Und was bei Allah bereitsteht, ist für die Frommen besser. Und wahrlich, unter den Leuten der Schrift gibt es solche, die an Allah glauben und an das, was zu euch herabgesandt worden ist. Und was herabgesandt worden ist, zu ihnen. Dabei sind sie Allah gegenüber demütig und verkaufen seine Zeichen nicht gegen einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Wahrlich, Allah ist schnell im Abrechnen. O ihr, die ihr glaubt, übt Geduld und wetteifert in Geduld und seid standhaft und fürchtet Allah. Vielleicht werdet ihr erfolgreich sein.